Hanna! Oh Gott! Eine neue Folge! Mit gemoddetem Looping! Ich hab schon am Anfang nicht... Cool, oder? Ich hab schon runter... Du warst den an... Dein Ernst? Woah! Was? WTF? WTF? Okay, nochmal... die Stille haben... Du hast's gleich geschafft zum Ersten... Eng, oder? Äh... Nein, habe ich ne... Ahhhh! Verdammt! Oh mein Gott... Looping! Du kennst die... die Map kennst mich irgendwo her... aber ich weiß nicht, dass ich das muss... Ja, okay! Bleib einfach... in der Rampe hängen, ist okay? Ja! Ja! Yes! Aufs Ausland! Nein, ich war zu langsam! Wie geht das. Verdammt, ich hab's beinahe geschafft! Oh oh oh... Ja ja. Beinahe! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Ich hab's geschafft. Oh, das war ultra schwer. Ja toll. So uncool. Das spiel unfair. Sag das mal in die Kommentare. Und das spiel. Oh. Aber es ist noch ein weites Rennen. Ich habe einfach die Explosion nur gehört. Er hat es mit Explosions geschafft. Aber also, da muss ich ja voll oft testen, denn es klappt auch wenn du das wirklich moddest, oder? Das kommt drauf an wie man das macht. Also ich kann so Strecken auf jeden Fall nicht machen. Wieso nicht? Ich bin nicht so gut im Moden oder im Innenstrecken so machen. Da gibt es ja bestimmte Tricks. Man, ey. Ich krieg dir mal sein Ding nach vorne, das ist ein Kacke. Oh, geil. Ja, und wieder. Frontflip. Macht er seine. Sein Frontflip, genau. Sein Frontflip. Deinen Arsch nach hinten bewegen, ey. Geh es nicht. Ich darfst du das nicht. Exportier halt. Wie ein Sack ist das. Wie ich einfach die Explosion nur höre. Ja. Der ganze Tag vorne ist es drehst. Ich kann nicht überwinden, bin ich nach hinten. Klingt alles nix. Ja, wieder. Weil ich es kann. Oh, selbst mal. Ich hab den Fotogang. Ja, super. Ist dir egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal, was ich mach. Immer. Äh. Hä? 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 Wie hab ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, und wieder exponieren. Weil ich es so schön kann. Die schönsten Explosionen auf meinem Kanal. Mann, Drecksmordrennen. Immer, nicht so gern. Ja, war uncool. Ah, super. Schauper. Ich werde nochmal für ein Rennen zufällig mit anderen Leuten. Zufällig kann ich nochmal noch zwei machen. Das war auch kurz. Ich stund schon. Es ist mir egal. 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 Er ladet noch weiter. Egal. Es ist mir egal. Keine machte Drogen. Er hat eigene Fahrzeuge ein, wieso auch nicht? Ich habe eine Freundschaftsanfrage erhalten. Wow. Ich bin ganz drauf geplogen. Ah, okay. Ah, geil. Oh, wenn wir's mal weh machen. War halt noch ein gemolletes Rennen. Okay, machen wir noch schnell eins. Egal, ich gehe zusammen. Das geht am schnellsten. Die ganzen Ladebildschirme wegmachen. Oh, diese Ladebildschirme. Ist mega. Egal. 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 Hast du mich eingeladen? Ich muss noch grad in der Sitzung und dann kannst ich dich erst einladen. Bist du einsam? Nee. Ich bockse mich auf der Straße. Was hast du geklabert? Bockst dein Auto! Jaa. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bumm. Bumm. Irgendwas. Ja, ich weiß nicht was, warte. Mach mal das. Ja, ich weiß nicht was, warte. Ich hab doch nix von dir. Ja, ich muss doch erst noch, ich muss noch rein. Let's shine! Schnell start. Der Moneyboy hat mich eingeladen. Ich hab dich grad eingeladen. Moneyboy. Ich hab dich aber auch eingeladen. Aber bei nix von dir. Hab ich aber! Äh, jetzt hab ich was von dir. Machen wir mal nur zwei Runden. Ui, warum? Du hast genau was er wieder kennt. Ne, ich hab das auch noch nicht. Okay, dann machen wir drei Runden. Sofrieden! Oh Gott, das sieht schon so explosionsgeladen aus. Schon wieder gestartet. Schon wieder gestartet. Ich bin bald. Ich bin bald. Jederzeit! Ich fahre. Da ist Max Leocuil zwar... ...oh warte. Es weiß nicht, Individu war ja die Vortwaters. Ähä? Ich weiß es nicht. Du hast einen besseren Platz. Du kannst direkt geradeaus fahren und ich muss erst mal nach links ziehen. Weiß? Wird ich jumpen kann. Oh Gott. Was? Was? Hä? Du musst da rüberkommen irgendwie. Kann man hier durchfahren? Nein, du musst da rüberkommen. Okay. Geht drüben? Geht drüben. Geht drüben. Alter, was ist das? Wie hat sich das aus gedacht? Also von dem Motto habe ich auch mal ein Rennen gemacht. Das habe ich gerade irgendwie nicht mehr. Muss ich mal fürs nächste Mal nochmal downloaden. Da muss man in die Toilette reinspringen. Okay. Das geht drei Runden lang. Das ist so. Also du musst dreimal das schaffen. Wenn du das sofort schaffst, hast du gewonnen. Lol. Das ist so ein kleines Rennen. Ja, das ist cool. Ja, aber voll. Voll behindert. Nein. Es war zu weit. Es war zu weit. Da darf man einfach nicht zu schnell fahren. Ja, das ist das wahre. Du schaffst es wieder sofort. Natürlich. Hi. Und wieder drüber? Ja, natürlich. Ganz knapp drüber. Ja. Oh Mann. Aber wie fängt sich sowas aus? Hallo. Das weiß keiner. Das wüsste. Weil das sich ausgedacht hat. Also von dem habe ich schon so viele Rennen gesehen. Das ist echt, was der da zusammen bestellt. Wirklich. Ja, aber der hätte da ein bisschen mehr reinmachen können. Auf der anderen Seite genau dasselbe oder so. Oder wenn schwieriger. Nicht nur einmal und dann. Jo. Das müsste man mit dem Bus machen. Ja, auf jeden Fall mit dem Bus. Oder mit dem Fahrrad. Genau. Oder zu Fuß. Und man springt gegen den Container. In den Container. Nein, das war wieder zu viel, oder? Nein, das reicht nicht. Nein. Natürlich reicht das nicht. Ganz knapp. Wieso auch? Wieso auch? Unfassbar. Und er hat zu früh gelenkt. Nein. Du hast geschafft. Ja. Bis als ich umdrehe, ist alles vorbei. Das ist aber nicht mein Ziel. Verdammt. Nein. Ich würde so ein Ziel schaffen. Nein. Das war aber zu kurz. Das kleine Rennchen hier. Da geht doch was. Da geht doch was. Aber es gibt voll viel Geld. Hallo. Hey. Hallo. Halt's noch ein Rennen? Ja. Eine Prozent. Das war ja jetzt hier nicht lang. Dann noch mal hier. Rattonrennen. Mach zwei. Oder mach noch mal eins mit anderen. Ähm. Lass das mal. Lass das mal. Oh, es sind doch andere da. Lol. Ohhhh. Natürlich wieder eigene Fahrzeuge, dass ich ja keine Chance habe. So läuft das hier. Und es geht weiter. Ja, super. Bitte. 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 Was? Sehr gut. Ah, das ist ein Geländewagen. Okay. Was nehmen wir da am besten? Also ich nehme immer dann das Motorrad. Das ist immer am besten, finde ich. Wahrscheinlich voll die falsche Wahl jetzt. Hahaha. 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 Oh my double French and some Spanish. Hahaha. Hahaha. Jaaaaaaah. Oh je. Was kommt jetzt auf uns zu? Niiiiii! Irgendwas Böses? Niii! Waaah! 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 Niii! Niii! Waaah! Nur zwei Runden. Dass ich ja mich aufregen kann. Waaah! Geh weg da! Geh weg da! Geh weg da! Warum kuschelt ihr? Geh weg! Haaa! Hehehehe! Wo? Wifter kommt! Hehehehe! Weg da! Weg da! Weg da! Nein! Aua! Das hat weh! Oh Gott! Genau! Es schubst mich weg! Wie ich ja nicht anders gewohnt! Hehehehe! Hehehehe! Ich hab mich schon gefragt, wenn das mal wieder passiert! Hehehehe! Oho! Ja, wie das gerade vorgelackt hat! Hehehe! Fass! Was? Ich sterbe! Hehehehe! Wenn ich auch gegen den Strommast fahre! Weil ich's kann! Wow! Mann! Ihr mobbt mich wieder! Fast gegen das nix du Strommast! Komm! Das brauche ich nur hinterher! Hm! So aus! Das sind ja zwei Runden! Ja! Schön! Aber hier kann man eigentlich nicht so viele Unfälle bauen! Boah! Einer wurde gerade überfahren! Okay! Wieso du nicht? Weil ich's kann! Befein! So! Manno! Die erste zwei! Boah! Ich kann die nicht dran mit diesem Auto! Oh! 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 Da taue ein bisschen runter! Mernig's was! Boah! Speedhack! Er hat ne Speedhack! Nee! Glaube ich nicht! Aber ich hatte mal einigen, dass der zum Dennis Speedhack hatte! Ah! 102! Wow! Wow! Hehehe! weil ein stück näher wer brems kann verlieren nicht beim start schon verloren ja er hat sich gedreht ich bin erster gleich ich bin erster huch wo kommt er her wieso ist das schneiden merkst du was ich glaube er ist aufgetunter wagen deshalb er hat sich den getunt er ist ein tuner das ist so ein kampf momentan wir sind auf platz 1 ja schwerer unfall von ihm hier ist toll wo man die anderen keine unfälle aber absolut keiner weiß keiner macht einen fehler aber ich komme auch nicht näher voll lustig ich glaube da hat wieder einen fehler gemacht ja ich bin gegen die stange gefahren hat es mich kurz abgebremst verdammt erster so knapp waren da vorne sind die nappen ja das war es ja das war es halt mann 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 weil am anfang alles was war denn der äh da ist panzer geschützt glaube ich der wagen panzerwagen wow das ist langsamste wagen mit abstand aber in gold ja wow egal was ich so sagen das war es das war's lass den daumen werfen da und schreibt mir in den kommentaren was man noch so machen kann könnte tun und so tschüss und wir sehen uns nächstes mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020